Musik Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Freitagabend hier bei Ihrem BLK-TV. Beginnen wollen wir jedoch mit unseren Kurzmeldungen. Musik Aktuelle Verkehrsmeldung für den Burgenlandkreis. Aufgrund anhaltender Hangsicherungsmaßnahmen verlängert sich die Vollsperrung der Landesstraße L204 zwischen Schönburg und Neue Welt bis voraussichtlich 28. Februar. Die Umleitung bleibt bestehen. Musik Aufruf zur Altmeister-Ehrung. Die Handwerkskammer Halle würdigt das Lebenswerk verdienter Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister. Für das 50-jährige Meisterjubiläum können Meister den goldenen Meisterbrief und für das 60-jährige den diamantenen Meisterbrief erhalten. Die Handwerkskammer ruft Unternehmen des Handwerks, Meisterinnen und Meister, Familienangehörige, Freunde und Bekannte sowie die Handwerksorganisationen im Kammerbezirk auf, Vorschläge für zu Ehren der Handwerksmeisterinnen und Meister zu übermitteln. Gesucht werden Meister, die 1971 bzw. 1961 die Meisterprüfung abgelegt haben. Musik Zusammenarbeit bei der Digitalisierung Dataport und die Stadt Zeitz möchten künftig gemeinsame Projekte der Digitalisierung umsetzen. Eine entsprechende Absichtserklärung haben Dr. Ingmar Soll, Leiter kommunaler Lösungen und Bürgerservices von Dataport und Zeitz-Oberbürgermeister Christian Thieme unterzeichnet. Im Frühjahr soll die Zusammenarbeit in einem bindenden Vertrag festgehalten werden. Zeitz ist die erste Stadt im mitteldeutschen Braunkohlerevier, die Dataport auf ihrem Weg zur digitalen Kommune begleitet. Große Summe gespendet kümmert sich seit vielen Jahren um Patienten und deren Angehörige, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung konfrontiert sind. Musik Die neuesten Entwicklungen zur Corona-Lage im Burgenlandkreis gab Landrat Götz Ulrich am Mittwoch auf seiner digitalen Pressekonferenz bekannt. Wir haben das Wichtigste daraus zusammengestellt. Wir haben ja in der zurückliegenden Woche, vor allen Dingen am Wochenende, neue Höchststände der Infektion in unserem Landkreis erlebt mit einer sogenannten Inzidenz von 510. Das waren nicht nur Höchststände, die wir hier im Burgenlandkreis gesehen haben, sondern das waren auch Höchststände deutschlandweit. Der Burgenlandkreis liegt mit der Infektionslage auch im Moment an der negativen Spitze des Infektionsgeschehens. Allerdings ist diese hohe Inzidenz von 510, und das ist vielleicht das Positivste des heutigen Tages, mittlerweile auf 370 abgefallen in den zurückliegenden Tagen. Es sind also verhältnismäßig wenige Fälle in den letzten Tagen dazugekommen. Sehr, sehr traurig ist weiter die Entwicklung bei den Verstorbenen. Wenn ich die Verstorbenen des heutigen Tages mit einbeziehe, so haben wir im Moment 71 weitere Tote zugeklagen, und das sind dann 273 Todesfälle, die hier im Burgenlandkreis im Zusammenhang mit Covid standen und stehen. Das heißt also, das Virus grassiert hier in Mitteldeutschland, ganz besonders im Burgenlandkreis. Und wenn ich mir die Karte, die gestern das Robert-Kopp-Institut veröffentlicht hat, anschaue und mir anschaue, wer hier auf dieser negativen Hitliste ganz vorn steht, dann müssen wir feststellen, dass neben dem Burgenlandkreis unter den ersten 15 Stadt- und Landkreisen in Deutschland sich eben auch unsere Nachbarn befinden, das Altenburger Land, der Landkreis Weimarer Land, der Landkreis Leipzig und Nachbarn im weiteren Sinne, der Landkreis Anhalt-Bitterfeld, der Landkreis Saalfeld-Urdeutschstadt und der Landkreis Saale-Orla-Kreis. Das heißt, das Virus grassiert mittlerweile nicht mehr in Ostsachsen, sondern hier im mitteldeutschen Raum, und wir hier im Burgenlandkreis, wir befinden uns sozusagen im Auge des Tornadus. Was waren unsere wichtigsten Maßnahmen, die wir am Ende der letzten Woche in Angriff genommen haben? Auf diese möchte ich noch einmal eingehen. Das Erste war, dass wir Ausgangsbeschränkungen verhangen haben. Das hat uns viel Kritik und auch manche Unverständnis aus der Bevölkerung eingebracht. Gestern hat auch ein Redakteur des MDR aus seinem Homeoffice heraus darüber spattroniert und sich von dort gemeldet und sich auch darüber lustig gemacht, ob wir die Senioren aus den Heimen an nächtlichen Rollator-Spaziergängen hindern wollten. Und in Mücheln, ich zitiere das nur im Burgenlandkreis, in Mücheln im Burgenlandkreis, würde niemand nachts auf der Straße sein. Ich finde, bei einer solchen Infektionslage und bei solchen Todeszahlen ist es erstmal unangebracht, wenn man sich angesichts dieser Toten und Erkrankten auch noch Späße leistet, aber vor allen Dingen auch, wenn die Grundlagen dieser Kommentare dann auch noch falsch sind. Nicht nur, dass Mücheln nicht im Burgenlandkreis liegt. Ich möchte deshalb gerne noch einmal erklären, was wir uns dabei gedacht haben. Von den derzeit rund 1.300 Infizierten kommen 443 aus Heimen als Heimbewohner oder auch als Beschäftigte in den Pflegeheimen. Das ist eine große Zahl, aber das bedeutet auch, dass zwei Drittel aller Infektionen nicht in einem Zusammenhang mit einem Heim stehen. Und bei den Todesfällen ist es so, dass etwas mehr als die Hälfte der Todesfälle nicht aus den Heimen kommt. Wenn wir uns die Infektionslage in den einzelnen Gemeinden im Burgenlandkreis anschauen, dann kann man die mit und ohne die Infektionslage in den Heimen betrachten. Und wenn ich diese Infektionslage in den Heimen ausblende, dann haben wir Werte, die im alleruntersten Bereich bei etwas mehr als 180 liegen und im oberen Bereich bei 433. Und mit den Heimen liegen die Werte bis zu 900. Alle diese Werte ohne Heime sind das Ergebnis von Kontakten und Begegnungen, die dann eine Infektion zur Folge hatten. Also wir kommen nicht umhin, uns auch mit Themen außerhalb der Heime zu beschäftigen und uns zu überlegen, wie wir hier die Infektionslage eindenken können. Das haben wir festgestellt. Wir sind mit den Ordnungsdiensten seit Wochen unterwegs und haben auch festgestellt, Feiern, Feste, Familienzusammenkünfte, die mitten in der Hochphase der Pandemie stattgefunden haben. Ja, das stimmt, das war mehr Veranstaltungen und Fäden in den Städten als auf den Dörfern. Aber wenn ich mir heute zum Beispiel die Zeit zur Zeitung anschaue und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Treuze über Zeit zur Post darüber berichtet, dass dort abends und nachts viele junge Erwachsene zusammenkommen und sich dort treffen. So scheint auch im ländlichen Raum hier und da etwas Bewegung nachts vorhanden zu sein. Und die Ausgangssperre soll einen Beitrag dazu leisten, dass das Teilnehmen an solchen Zusammenkünften, solchen Feiern, weiter erschwert und besser erkennbar wird. Ich möchte noch einmal deutlich machen, ich wünsche mir auch, dass diese Pandemie so schnell wie möglich vorbei ist, dass die Beschränkungen noch aufgehoben werden und sobald die Inzidenz bei uns im Landkreis über fünf Tage unter 200 sinkt, werde ich diese Maßnahmen auch wieder aufheben. Neben dem Thema Ausgangsbeschränkung, das ja auch wirklich heiß umstritten ist und wo ich auch verstehe, wenn man darüber diskutiert, haben wir eine zweite Maßnahme, die seit heute in Kraft ist und die auf eine breite Zustimmung in der Bevölkerung stößt, das sind Schutzmaßnahmen in den, vor den Supermärkten. Es geht also darum, dieses zwingend notwendige Begegnen in den Supermärkten, weil wir ja alle einkaufen müssen, dadurch ungefährlicher zu machen, dass an den Eingängen der Supermärkte Personen stehen, die stärker darauf Wert legen und darüber wachen, dass die Menschen mit einer medizinischen Maske den Supermarkt betreten und diese auch richtig aufziehen. Aufgrund der hohen Anzahl der über 70-jährigen Erkrankten haben wir viele Covid-Erkrankte stationär zu betreuen. Das sind aktuell in unserem Landkreis 116 Patienten, die einer stationären Behandlung bedürfen. Davon befinden sich 16 Covid-Patienten im Weißenfelser Krankenhaus, 53 Covid-Patienten im Naumburger Krankenhaus und in der Zeit 36 Patienten. Im Waldklinikum Gera befinden sich 11 Erkrankte in stationärer Behandlung, die in unserem Landkreis wohlhaft sind. In intensivmedizinischer Betreuung sind in Weißenfels zwei Patienten, in Naumburg müssen sechs Patienten invasiv beatmet werden, sieben sind intensivmedizinisch zu behandeln und im Zeitzeugklinikum haben wir drei Patienten, welche ebenfalls einer intensivmedizinischen Betreuung bedürfen und beatmet werden müssen. Es ist im Moment in unserem Landkreis ein intensivmedizinischer Platz zur Verfügung. Einige Worte noch zum aktuellen Stand des Impfgeschehens. Das Hauptproblem bleibt, der Impfstoff war knapp, ist knapp und wird vorerst auch noch knapp bleiben. Wir haben gestern Impfstoffe insgesamt 585 Erstimpfungen erhalten. Das ist angesichts der großen Zahl der Personen, die impfbereit sind, die sich auch in der Kategorie 1 befinden und eigentlich einen Anspruch auf Impfungen haben, sehr wenig. Und wir werden im Moment nach gegenwärtigem Stand dann die nächste Impflieferung erst am 16. Februar mit ebenfalls 585 Impfmöglichkeiten in der Erstimpfung erhalten. Was machen wir jetzt mit den 585 Impfmöglichkeiten? Wir impfen weiter im Rettungsdienst, wir impfen weiter im Personal des mobilen Pflegedienstes und wir stellen nur eine sehr geringe Zahl weiterhin von 20 Terminen täglich im Impfzentrum zur Verfügung. Die Zweitimpfungen in den Heimen, die werden weiter fortgeführt. Also wenn ich von 585 Impfmöglichkeiten spreche, ist da immer beinhaltet die doppelte Impfstoffmenge für die erste Impfung und dann also auch für die Zweitimpfung. Die halten wir jeweils zurück, sodass jeder die zweite Impfung auch sicher erhalten kann. Frau Puskens von der FDP hat freiwillige Massentests in Gebieten mit Co-Inzidenz gefordert. Und auch einige MZ-Gläser haben gefragt, warum nicht mehr Schnelltests angeboten werden, beispielsweise in Kitas. Was sagen Sie dazu? Wäre das möglich? Also, wir sind ja der Landkreis, der seit Beginn der Pandemie alleine schon durch den Schlachthof die größte Zahl von Massentests überhaupt durchgeführt hat. Ich habe ja gerade davon gesprochen, dass mithilfe des Unternehmens selber alleine in einer Woche hier ungefähr 3000 nicht nur Schnelltests, sondern gar PCR-Abstriche stattfinden. Das ist mit Abstand die größte Zahl, die in ganz Sachsen-Anhalt in den Gebietskörperschaften durchgeführt wird. Und wir sind jetzt gerade dabei, dort noch weitere Schnelltests anzubieten, wo wir ein gewisses Risiko des Eintrages sehen. Das bezieht sich jetzt im Moment auf das Thema der berufsbildenden Schulen. Also wir wollen in Abstimmung mit der berufsbildenden Schule den Auszubildenden, die zwischen Schule und Unternehmen pendeln, weitere Schnelltests anbieten. Wir glauben aber auch, dass das ist eine Philosophie, die Sie, Frau Dr. Schmidt, hier aufrechterhalten. Und das ist uns trotz der hohen Zahlen auch gelungen, dass die Schnelltests eigentlich möglichst immer durch PCR-Abstriche bestätigt werden sollen. Weil die Fehlerhaftigkeit der Schnelltests sehr groß ist. Insofern sind wir da offen dafür, auch noch mehr zu tun. Aber das muss auch in einer solchen Pandemielage vom Gesundheitsamt noch beherrschbar bleiben. Das heißt, es ist ja mit einem immensen, noch mal weiterem Aufwand verbunden. Hey Schnucki, was machst denn du? Ich schaue Angebote durch. Ich habe da eine Idee, komm mal mit. Warte, 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 ich brauche noch meine Angebote. Machen auch Sie Schluss mit lästigem Prospekte-Wälzen. Im E-Center Hinze bekommen Sie immer alles frisch, günstig und von vielen regionalen Erzeugern. Wie zum Beispiel Obst und Gemüse, Lebensmittel, Freiburger Weine und Naumburger Bier. Entscheiden auch Sie sich bewusst fürs Einkaufen und genießen in Ihrer Heimat. Wir lieben Lebensmittel und freuen uns auf Ihren Besuch. Ihr E-Center Hinze in Naumburg. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Moin Großer, alles Gute zum 18. Sei nicht traurig, freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Was man unter einer außergewöhnlichen Hausordnung versteht und wie diese aussieht, das zeigen wir Ihnen in unserem nächsten Beitrag. Denn die Zeiser Wohnungsbaugesellschaft hat einen Film unter dem Thema die Hausordnung produzieren lassen. Grit, die WBG hat sich was einfallen lassen. Genauer gesagt, ein Film. Jetzt möchte ich von dir mal wissen, wie ist es dazu gekommen? Warum ist euch das in den Sinn gekommen, so was produzieren zu lassen? Ja, die Idee ist daraus entstanden, weil es in Deutschland leider acht Millionen Analphabeten existieren, beziehungsweise inklusive Leserisch-Schreibstörung. Unser Mietvertrag ist sehr lang und beinhaltet auch unsere Hausordnung und die vielleicht nicht so gelesen wird, wie es sein sollte. Deshalb sind wir auf den Gedanken gekommen, das vielleicht schauspielerisch darzustellen und haben Unterstützung durch die Frau Dänicke und Herrn Volk erhalten. Und ja, was daraus geworden ist, werdet ihr im Anschluss sehen. Waren Sie überrascht über die Idee? Wie haben Sie das umgesetzt, das Ganze? Also als der Anruf kam von Frau Zippel, war ich schon überrascht, weil diese Idee, eine Hausordnung zu verfilmen, darauf waren wir jetzt noch nicht gekommen. Also wir haben viele Ideen, aber das war neu. Und wir haben das dann besprochen. Ich habe gesagt, also finde ich cool und wir werden ein Konzept machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Gut, dann stand das Konzept. Wie ist es dann an die Umsetzung gegangen? Wie viel waren beteiligt? Wie viel Spaß hat es gemacht? Ja, und das Endprodukt, ja, das schauen wir uns ja danach gemeinsam an. Ja, also wir haben ein Amateur-Theater-Ensemble, Mut, Musiktheater. Und ich dachte also, das wäre was für diese tolle Gruppe. Und habe die Gruppe gefragt. Und ein Dreiviertelteil der Gruppe hat gesagt, ja, ich mache mit. Also war freiwillig. Normalerweise machen wir Musical. Und dann waren das so viele Teilnehmer, dass wir gesagt haben, gut, dann müssen wir auch ein paar größere Szenen machen, auch wenn es kleine Sequenzen sind. Und dann wurde Szenenplan gemacht, die Hausordnung erst mal unterteilt in die Punkte, in die Hauptpunkte, abgesprochen mit Frau Zippel. Dann die Kostüme entsprechend rausgesucht, die Leute eingesetzt dafür und ein Wochenende geplant mit Frau Zippel. Eine Wohnung gefunden, geschrieben, das und das brauchen wir. Manches konnten wir selbst stellen, aber Kinderwagen kam von Frau Zippel. Ja, dann haben wir das Wochenende in der Wohnung uns eingerichtet. Und das war unglaublich spaßig. Also wir haben das natürlich in Zeitabschnitte gemacht, damit nicht immer zu viele Darsteller auf einmal da sind. Es wurden zuerst die Szenen erklärt, also nicht vorher geprobt, sondern erklärt. Und du machst das und du erschreckst dich dann, wenn das ist oder wenn dieses Geräusch kommt, dann machst du das. Also eine Einweisung ist erfolgt. Und dann wurde gefilmt. Dann wurde von einer anderen Perspektive gefilmt oder wenn jetzt Sachen passiert sind, wo alle herzhaft gelacht haben, musste dann natürlich noch mal gedreht werden. Ja, und die anderen, die in anderen Szenen waren, haben ja das nicht erlebt von den anderen. Und deswegen haben wir die Take-outs auch alle aufgehoben und werden die, wenn wir wieder zusammenkommen dürfen, uns als Gruppe gemeinsam anschauen. Aber das war ein spaßiges Wochenende. Also wir hatten auch jemanden, der uns dann versorgen musste mit Toilettenpapier. Ja, es waren ja alles, wie gesagt, Darsteller, Leihendarsteller, das haben Sie ja gesagt. Aber Sie haben es dann auch noch in Gebärdensprache. Bin ich da richtig? Ein Mitglied des Ensemble MUT hat mehrere Kurse belegt für Gebärdensprache. Und zwar die junge Frau hat Sonderpädagogik studiert und hat sich ganz speziell in diese Richtung da qualifizieren wollen. Und wir hatten dann die Idee, das mit einzubauen in den Film. Weil oftmals wird für Gehörlose oder Gehörschwache doch zu wenig gemacht, weil nicht dran gedacht wird einfach. Haben wir dann auch mit Frau Zippel abgesprochen, fand sie gut. Und dann wurde im Nachhinein dann, nachdem dann die Sprache der Offsprecher auch aufgenommen wurde, wurden dann danach auch die Gebärdensprachenzeichen aufgenommen mit der Darstellerin. Und wir, liebe Zuschauer, schauen uns jetzt mal die etwas andere und besondere Hausordnung mal gemeinsam an. Ruhezeiten Besondere Ruhezeiten gelten von 22 bis 7 Uhr und 12 bis 14 Uhr. Feierlichkeiten sollten den anderen Hausbewohnern vorher angezeigt werden. Auch wenn die Uhrzeit passt, muss man es ja nicht übertreiben. Partys bei Zimmerlautstärke bringen sind vielleicht ganz neue Freundschaften hervor. Offenes Feuer und Rauchen Wenn Sie jetzt für eine gute Idee halten, Ihre Zigarette schon im Treppenhaus anzuzünden, um wertvolle Zeit zu sparen, dann vergessen Sie es. Im Treppenhauskeller und auf dem Boden sind Feuer und Rauchen verboten. Gehen Sie dafür bitte nach draußen. Hundehaltung Ach ja, unsere Haustiere verschönern unser Leben. Gemeinsame Spaziergänge, Spiele, Streicheleinheiten und Ja, auch sowas passiert. Und da wird nicht einfach abgehauen. Zuerst einmal sind Hunde und Katzen im Haus und auf dem Grundstück an der Leine zu führen und weiterhin müssen große und kleine Geschäfte durch den Tierhalter sofort entfernt werden. Ja, liebe Frauchen und Herrchen, das gehört dazu. Die Hauseingangstür Manchmal ist es schon schwer, die Haustür überhaupt aufzubekommen. Da hat man gar keine Lust, sie zu schließen. Stimmt's? Tja, egal. Die Hauseingangstür ist stets geschlossen zu halten oder würden Sie Ihre Wohnungstür Tag und Nacht offen lassen? Abstellen von Gegenständen im Hausflur Haben Sie etwas vergessen? Sie waren einkaufen und wollen nur kurz die Post aus dem Briefkasten holen? Sie kommen gerade von der Arbeit und wollen das Fahrrad abstellen? Dann nutzen Sie doch bitte die dafür geeigneten Orte, denn das dauerhafte Abstellen von Fahrrädern, Rollstühlen, Kinderwagen oder Ähnlichem ist im Hausflur nicht erlaubt. So haben alle mehr Platz. Müllentsorgung und Mülltrennung So viel unterschiedlicher Müll. Wie wird der eigentlich richtig entsorgt? So jedenfalls nicht. Müll sollte richtig getrennt werden und in die jeweiligen Behälter kommen. Verpackungen aus Plastik oder Alu gehören in die gelbe Tonne, Essensreste und Küchenabfälle in die braune Tonne, Papier, Zeitschriften und Pappe in die blaue Tonne. Den Rest, wie zum Beispiel Zigarettenstummel, Asche, Putzutensilien, Katzenstreu oder Gummi in die schwarze Tonne. Genau so. Perfekt. Der Fahrstuhl Sie hatten einen langen Tag, sind genervt und wollen einfach nach Hause. Wir haben es verstanden. Ein sehr, sehr harter Tag. Und dann scheint auch noch der Aufzug kaputt zu sein. Behandeln Sie den Fahrstuhl schonend. Wirkt manchmal Wunder. Bei Störungen rufen Sie den Störungsdienst an oder Ihren Vermieter. Damit es bald wieder aufwärts geht. Am Mittwoch wurde in ganz Deutschland den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Landrat Götz Ullrich besuchte die Gedenkstätte in Reemsdorf. Liebe Einwohnerinnen und Einwohner des Burgenlandkreises, meine sehr geehrten Damen und Herren. Am 27. Januar gedenken wir in ganz Deutschland der Opfer des Nationalsozialismus. Denn vor nunmehr 76 Jahren wurde an diesem Tag das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Ich stehe hier, immer wie in jedem Jahr an der Erinnerungsstätte für das sogenannte Lagerwille hier in Reemsdorf. Ein Außenlager des KZ Buchenwald. Allerdings bin ich zum ersten Mal allein hier. Es ist ein stilles Gedenken in diesem Jahr. Das bietet mir die Möglichkeit innezuhalten und nachzudenken. Hier vor den Haustüren unserer Großväter und Großmütter sind schreckliche Keultaten geschehen. Im Außenlager Wille wurden insgesamt 5.871 Menschen ermordet oder durch schwere Arbeit zu Tode gebracht. Das Grauen fand in Mitten des heutigen Burgenlandkreises statt. Das Außenlager Wille hier in Reemsdorf wie auch das Außenlager Burggraf bei Bilroda im westlichen Zipfel des Burgenlandkreises stehen stellvertretend für 980 Konzentrationslager und ihre Außenstandorte. Für 1150 jüdische Ghettos und 1000 Kriegsgefangenenlager. Dazu kamen unzählige andere Städten, um Gefangene zu germanisieren, Frauen zu Abtreibungen zu zwingen, psychisch Kranke zu ermorden und Häftlinge für den Transport in die Todeslager zu sammeln. Insgesamt sind mehr als 15 Millionen Menschen Opfer dieser Maschinerie geworden, darunter 6 Millionen Juden. Das sind Zahlen, die sind so groß und so unvorstellbar, dass sich alles in uns sträubt, das zu klauen. Und dennoch, wir müssen uns dieser Erinnerung stellen und uns bewusst machen, was die deutsche NS-Diktatur angerichtet hat. Die Lage in Deutschland heute ist zum Glück eine andere. Wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat mit Grundfreiheiten und anderen Grundrechten. Im Moment können wir diese und so gewohnten Freiheiten nicht so ausleben, wie wir das kennen. Ich verstehe, wenn das einigen schwerfällt, wenn sich einige dagegen wenden, demonstrieren und laut ihrer Meinung sagen. Dass wir das tun können, ist gerade Ausdruck unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Mein Verständnis endet dort, wo einige von einer Corona-Diktatur sprechen. Solche Vergleiche verhöhnen die Opfer des Nationalsozialismus. Auch die Opfer in Reemsdorf. Die Rede von einer Corona-Diktatur zeigt, wie wenig vorstellbar für die heutigen Generationen die Gefahren für das eigene Leben in einer Diktatur sind. Für Versammlungen und für freie Meinungsäußerungen muss heute niemand mehr sein Leben riskieren. Umso wichtiger ist es, dass wir an alle NS-Opfer erinnern. Die Täter und die Taten immer wieder benennen. Wir wissen, so etwas darf sich nicht wiederholen, aber so etwas kann sich wiederholen, wenn wir nicht wachsam sind. Die Erinnerung aufrecht zu erhalten, ist ein wichtiger Teil dieser Wachsamkeit. Erinnerungsorte wie hier in Reemsdorf helfen uns dabei, das zu verstehen. Und damit, liebe Zuschauer, sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal ein schönes Wochenende. Ja, kommenden Dienstag sind wir wieder mit aktuellen Themen aus dem Burgenlandkreis für Sie da. Weitere Nachrichten, die finden Sie bis dahin auf www.blk-regional.tv oder Sie besuchen uns ganz einfach bei Facebook. Also dann ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.